herzlich willkommen zurück zu meine frau die piraten nicht in der minecraft extension mit rapi mit takotor und ein oscar der müllmonster okay auf dem raten schiff ist nichts passiert habe ich gesagt wird diese mülltonne ist platz 2 also habe ich bringe rein und ich denke leute ernsthaft dass sie ihren müll in eine mülltonne schmerzten kommst du noch mal zum schiff ich will noch nicht in diesem haus deswegen habe ich noch mal kurz im brenn in den haus hier ein papagei wohin wollte reisen und du kannst auch nicht einstellen an mir kommt sogar ein gar nichts und mir kommt nur der text wohin wollte reisen sollen wir mal nachgucken ich gucke jetzt mal nach live ein ich 19 Index, Vulkania Island, so. So, und damit herzlich jetzt offiziell wieder, ich werde ein bisschen was rausschneiden, willkommen zurück nach dem Fixen des Problems, äh, wir haben die Map irgendwie verpackt oder so, und jetzt habe ich kurz bei den, bei den kommen Blöcken selber nachgucken müssen, was genau geschehen ist und, jetzt wird er wieder da, so. Rapid, wir haben eine neue Insel entdeckt, ja. Ja, bei mir wurde nichts angezeigt. Hier ist Kahn gar nichts. Ja, das ist aber auch so. Das war sehr simpel, auch so. Aber. Ich, ich stehe mal das Private Eigentum von Kahn. So. Hallo Abenteurer, was führt euch in diese Gegend? Okay. Seid gegrüßt, wir verfolgen eine Gruppe Piraten und haben gehört, dass sie hier vorbeikamen. Sind sie hier in letzter Zeit tatsächlich vorbeigekommen? Nun ja, vor zwei Tagen waren tatsächlich Piraten hier. Eine Gruppe von ihnen ging in den Vulkan, doch kamen sie nicht wieder heraus und das Schiff legte es ohne See wieder ab. Wisst ihr, äh, wisst ihr, wohin sie nun unterwegs sind? Nein, leider nicht. Ich habe den Kontakt nach Möglichkeiten vermieden. Hey, Antin, 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 vielleicht sind die Piraten noch immer im Vulkan. Könnte gut sein, wir haben keine andere Möglichkeit als nachzuschauen. Ihr wollt in den Vulkan? Nun, angeblich soll es im Vulkan nicht ganz ungefährlich sein. Ich denke, ich kann euch einige Ausrüstungsstücke, die Rappi aus meiner Kiste genommen hat, falls ihr sie benötigt. Außerdem verkaufe ich euch beiden gerne ein paar Bomben. Danke, Fremdo. Fremdo. Bomben sind immer gut. Ich kaufe mir fünf, sechs Stück, wenn ich. So. Oh, hier Glitter, das hast du irgendwas zum Reinwerfen. Ja. Ich habe einen brennenden... Guck mal her. Oh. In Saus. Was? Oh, danke. Ich habe einen brennenden Hering gefunden. Wenn man da Hering, alles da im Wasser. Tja. Tja. So sieht eine Angelstelle aus. Und da habe ich jetzt irgendwas rein geworfen und das hat darauf reagiert. Ich glaube, das verrotterte Obst zu aus. Guck, willst du mal eins rein? Oh. Ja. Funktioniert. Jetzt solltest du ein paar haben. So. Die müssen wir dann abgeben. Und da ist der Goldstorb. Da ist der Goldstorb. Da ist noch einer. Eine Stimme. 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 Das Todes. Ha. Ha. Ich habe den vor langem schon mal gesehen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob hier auch bei uns da wieder zu steht. Nö. Bei Zimpl und Kurs ist hier nämlich ein Villager gestanden. Hey. Äh. Hier ist... Ein Goldblock. Na, eine Nachricht bekommen. Was? Nein. Nein, 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 nein. Äh. Ich habe ihn gar nicht wieder gut gehört. Ich darf schon mal vorspoilern, dass ich hier nicht durchkomme. Dass es in nächster Zeit bei mir sehr, sehr Minecraft-lastig wird. Mit der MCHC. Mit dem Minecraft-Hardcore-Challenge. Was es genau ist, könnt ihr... Ich verlinke euch die Folge unten, unter dem Kanal. Und da in die Beschreibung. Ich glaube, du hast dich hier runtergeworfen. Ja. Sag ich ja. Achso, dass es nun der Weg weitergeht. Und... Das ist ein Spannpunkt. Jetzt wissen wir aber... Wick, ein Spann. Kann es sein, dass wir das ganze Verdzeug haben, weil wir die... scharft nicht geschafft haben kann sehr gut sein tschüss geht doch noch mehr das ding hat nicht funktioniert ich habe den effekt bekommen ja das war auch wieder weiter bei mir hat das schick mal nicht nutzen ich habe ein bisschen verpackt jetzt du bist aber ganz schnell ich habe ein rätsel krisen krisen hilfe du hast du hast auch ein schwer herz ist weil ich tot war dadurch kurz danach sagen so nein du musst auch voll da drauf und ich sterbe nein der schickpunkt hat nicht funktioniert ich bin ganz tödlich mal danke eine lootbox ein anfänger schwert aus und schwert ich mache das jetzt ganz kurz weiter geht's also wir waren bei dem rätsel angekommen rapi meine Mutter kam gerade rein also wir sind bei dem rätsel angekommen habe ich gesagt sie bekommt gerade ihren einten alle innen die konstruiert auch gut er kommt blabbel drunter ah und machen uns gegenseitig Wege auf ab jetzt kannst du zurück wenn ich warte jetzt besser musst du mir wieder was erwartet jetzt macht er vielleicht wieder neu auf ja das ding geht wieder runter und hast du auch eine zeitgruppe drin aber mir hi hi hat er hier und hier wir haben die hülle kaputt gemacht kann passieren so hat man ich teste mal kurz das geht tatsächlich nicht ich glaube ich habe das das baum kaputt gemacht ich glaube wir hätten die quest wir hätten es noch mal zu der mitte zu quest mit den team mit den scharfen tippen müssen machen wir später machen ich mache jetzt dann dabei das bahnpunkt wäre so mit zahlen und so aufgabe überspringen nein das ist keine topper mehr übrigens wir müssen irgendwas voraussuchen so hier rapi rapi hilfe was in der kiste ist das ist ein portal ja und vor allem hat eine spinne nicht mich schlagen da ist eine hallo feuer spider nein flammenspinne heißt die bei dir warte nein ich dachte schon die heißt bei dir anders was du auf englisch spielst jetzt lass mir das essen die habe ich fast keins bis auf sechs ich hatte die doch auf welches hingeschmissen ich werde sterben tschüss du hast mich umgebracht nein habe ich gar nicht glück nicht dass du mich umgebracht hast hey what the fuck ich wurde gerade wieder in die kammer teleportiert aber der durchgang wo du gerade durch bist ist versperrt für mich ist das absicht keine ahnung das ist auf jeden Fall versperrt ich glaube das ist das der andere nicht mehr durchkommt ich kann hier durch vier sachen springen fünf bei dir irgendwas passiert ja an skelett an wisserskelett mit da los ich habe einen raum geöffnet gerade dadurch dass ich hier das hinbekommen habe ich habe hier fünf goldflächen die was ich sprengen kann ich habe hier mal knöpfe und dann kommen das kind wisserskelette ziemlich auf den schaden machen weil bemerkt ich habe jetzt alle fünf goldfelder gesprengt ich kann hier nichts mehr machen ich komme wieder an weiter und was kann ich hier und dann aber nichts ok aber wenigstens center spawns an mir ist gerade ein Tor ich habe gerade Schaden bekommen deswegen habe ich mich voll erschrocken und aufsiebsschlag danke hallo wenn auf einmal und dahinten hat sich was geöffnet oder? Schaden bekommst und mit einem wisserskelett wieder vielleicht du musst ja dann ok da bekommt man Schaden wenn du in deinem dann geht wir sind schon mal so kenne ich alles äh Lieblingsjumpenspieler da ist da ist warte springst du noch mal? ja ich habe das schon ne verdacht ah ah und das lässt sich dann wieder auf kannst du nochmal springen? danke jetzt muss ich da durch sprinten warte ich muss kurz hier die monster besiegen so jetzt kann ich hier sprengen jetzt kannst du glaube ich oben entlang ja hi hi so wir haben ein Rätsel gelöst ich habe einen scheiß Effekt bekommen ah was für einer jumpmann jumpmann ein zettel hier jumpmann auf sie war's weg geschafft da war ein ah du bist doch nicht ich bin in das falsche portal rein du bist ja bei der spille rausgekommen wie das du wirst das skelett hier ah hör auf du wirst das skelett das willst du auch gar nicht ah ich würde wieder vergiftet jetzt gar nicht ah das ist ein besserer Effekt ich rate auf dich hier ist ein Mr.Skeletz ich habe nur einen Lossier Effekt also du hast jetzt auch Rappi ah puh er ist ein scheiß feuer spinne ich werde ok du musst jetzt das jumpmann machen auf die andere seite oder warte mal spreng mit links von dir mal den block warte ach ab wie verkraft das nicht die spinnen wieso nicht die hätte mich getötet ja und jetzt kommt da wahrscheinlich ein jumpmann ja das war die Sprache perfekt und wir müssen zettel happy das ist blau unterlegt 3 2 1 1 doch das sind 3 Leute Blöcke nehmen das ist gar nicht klappe sie ist gar nicht ich tue ich tue und jetzt ist genau nichts passiert ok wir waren glaube ich noch nicht fertig irgendwas hat sich hier auf den verkaufschnitt kommt glaubst du was wirklich toll oh nein ich bin wieder falsch gespawnt glaube ich ich glaube wir müssen hier das dritte gitter aufmachen ach hier ist ein seitenaufgang geöffnet worden rapi sind doof blind und da nein doch du willst das skilett wieder schon wieder das ist echt belastend ich kann hier oben sprengen du musst da unten bleiben da du musst wahrscheinlich auf jede seite einmal ach so geh du nach rechts also da wo ich jetzt stehen die richtung nummer 1 warte ist was anderes passiert da ist nichts passiert ok dann Nummer 2 nichts ich spreng mal das erste und versucht noch mal durchzunehmen und jetzt geht durch warte mal ich trinke kurz mal ein lexia der generation Nummer 2 Nummer 3 fahrrad ich bekomme dann können schauen jetzt haben wir es gelöst aber da fehlt noch wer ein ähm fressen wir jetzt fertig glaube ich nicht da müssten wir schon hin text bekommen oder da rechts ist das einzige was noch nicht vergetet ist also hier dürfte dann auch irgendwas sein hier kann man auch nicht mehr lang doch der kruch kann man hier fängt es schon mal an nicht in der nähe von der spinne gehen dem gibt nur es hier ich hab echt den vorletzten sprung verkackt du fucking klammenspinne sie sind und jetzt kann man schon wieder die in sind vergessen ich will über die minuten ich verkehren also und ich habe eine coca-cola getrunken danke coca-cola für dieses trocken nennen ich tue mich jetzt da kann man runterspringen da bin ich hier runter kann man springen ich weiß ja nicht es ist möglich möglich ja aber gewollt naja was ist der einzige was oder hoffen ist momentan ich glaube wir müssen weiter runter rapi du wirst sowieso verrägte ich hätte was trinken können du so hast du sehr gespart sie ist positiv gibt es gleich positiv sie ist positiv ich bin so dumm sie ist mal positiv hey du hast mir zugestimmt danke ja nach meiner arbeit man kann echt hinbekommen überhaupt kein schwein zu kommen wenn man untergeht denkst du mein Leben sagen da was anderes ja hier unten jetzt tatsächlich weiter hier ist ein Goldblock aber was es mit einem Goldblock auf sich hat und wie Rappi und ob Rappi und ob Rappi in der Saison unterkommt und in der Sprache unterkommt die Bogen und damit auch noch Zeit Minut danke du hast ja richtig schön wie gerne vertrauen immer da bei dir vor allem immer so größeres gesetz muss ich kurz mal füten 10 kommst du runter Rappi so ob es Alex doch mehr schafft erfahren wir in der nächsten Folge 23 hier mir war alles weggestühlt wie viel Geld hast das du eigentlich 1 sehr viel ja ich hab auch was mit einer 1 19 sein ein 20 da haben wir es dann nicht ein bisschen empfiehlen zu werden ich bin dank fürs Zuschauen bis zum nächsten ein paar und tschüss st Okay, dann.